so hi und hallo mal wieder heute präsentiere ich euch mal comics und zwar von der marvel now reihe erschienen august 2014 das ist die nummer 13 die dunkle stunde von spiderman so sieht es von vorne aus so von hinten die hälfte kosten 4,99 euro ich werde natürlich jetzt ein paar seiten abfotografieren und euch präsentieren damit ihr seht um was es in diesen comics geht also viel spaß beim lesen so so das war jetzt die dunkle stunde von spiderman ich hoffe euch hat der einblick gefallen ich werde natürlich an euren feedback sehen ob ich damit weitermachen soll oder an euren daumen hoch weil nächstes mal können wir dann wolverine vornehmen also gibt mir eure stimme bis demnächst guckt hin und schaut zu